Hallo und herzlich willkommen für die nächsten Aufnahme von FFA und diesmal ist Avelruf dran und wieder mit dem ganzen Clan. Hallo, 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 hallo. Alter, wie du postest, ey, wie im Pferd. Alter, ich fress jetzt. Ach, gell. Arschloch, Alter. Boah, wie wenn er stirbt, der Drecks-Jude. Er kämpft sogar in FFA, ey. Ey, Alter, mach' ich schau mal, siehst du. Da hab ich Waffe ab. Oh, Fälle, ey. Ure-Gamer. Haha. Da stirbt keiner. Mach' ESL-Punkt, ey. Ey, bin da nicht neklar. Gibt da Flash, ey, man. Oh, Mann. Oh, Mann. Warte, kämpft da in der Ecke, oder? Reaktion. Ja, komm mal. Oh, Mann. 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 Scheiß-Camper. Ey, könnt ihr eigentlich schon mal hier ESL spielen, oder was? Das ist schonmal nice. F, hell. Was ist das? Das ist ein Pech, Dennis. Wir werden nicht sterben werden Ey du leckst vor allem Ich leckst Da Boah sag ich leckst irgendwie schmarrn Erzähl mal etwas über den neuen Update über Varos Von Varos Es gibt ein neues Sniper Retail Boah film man du Hacker Es gibt eine neue Map Wie heißt die? Bypass? Byway Bypass Und es gibt eine Hacker Bypass kriegst du Krankenhaus Wie ist das Mann? Die Hacker doch We hacken alle Aber 5 zu 8 Mann Bittes Boah ey Ey kurwe Ja guck mal was alter Bittes 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 Is das Ja was Da oben ist Bittes 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 Ich mach da irgendwie kurkig. Ach, Dennis. Ja. Leute, Leute, Leute machen, oder? Aber wer legt Flash, Junge? Ich? Ich bin voll den Low. Aber du bist so low, ich sag' ich dir. Ja. Boah. Doch, Alter, alles okay. Get up here, ey. Frisch doch noch mehr, ma'am. Hast du dich genug gefrühstückt, oder was? Ey, da hat die Familie. Ja, nein, die Dube so und ich hätte besser. AIMBOT, BAN! K.P. Not even close, baby. Ey, jetzt sind wir hier mit Pharma's rum. Jetzt laufen alle mit Pharma's rum. Pharma's ist ja auch ne coole Waffe. GPS, Digger, nice. Nein, Chris. Nein, ich wollen was tun, ich, ich, ich. Ich hab' die Lachschen, wie sieht's aus. Ich hab' die Lachschen. Ich hab' die Lachschen. Mann, und der, 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 ey, da stirbt'n. Ich hatte sogar lags. Alter, wie viel frisch du Chris. Was ist bei dir los? Nein, das hilft nicht. Guck doch mal den Mann! Warum stirbst du nicht, Alter? So, ein Kill noch. Dann ist es vorbei. Endlich dieses Huren-Game! So, Andrii wird Level aufkommen. Ja, scheißegal, Mann. Wenn er kommt mit Köln wieder. Geht oft kommt, ja. Nein, ich glaube schon. Doch, er hat 200 Punkte. Ey, der ist schon wieder, Alter! No, ich bin so. Danke, das war's. So, das war's für diese Runde von www.fff butter. Bis zum nächsten Mal. Tschüß... Tschüss... Tschüss! Will, was hast du noch? Was hast du noch Probleme? Ja ich hab immer Probleme. Richtig, oh 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 oh.